Hi, hier ist die Jenny und der Alex von der Trendabteilung. Wir wollten euch heute den New Casual Sommerlook präsentieren. Mein Kollege trägt hier ein All-Over-Print-Shirt von Kilago. Dazu ein leichtes weißes Sommerhemd mit angesagtem Polokragen. Was dazu nicht fehlen darf, ist eine zerfetzte kurze Jeans, die unbedingt gekrempelt werden muss. Und abends, wenn es ein bisschen kühler wird, haben wir noch eine leichte Übergangsjacke von Soled in der Farbe so ein leichtes Lila mit den passenden Schuhen von Vans. Die gibt es bei uns oben in der Sportabteilung. Wenn euch das Outfit gefallen hat, dann kommt gerne zu uns. Wir würden uns freuen.